Er war der Ruf für diese Welt, um ein Feuer zu sein, um ein Feuer zu sein, um einen Schreck zu erlösten. Er bereistet den Planeten, um Licht, Frieden, Freundschaft zu sehen, wohin auch immer seine Schritte gingen. Er gar pflanzte er den Glauben Gottes, sähte die Verbindung, universelle Einheit, damit Gottes Kinder einander lieben, helfen können. Er heilte schmerzhafte Wunden, er heilte Hassbeiltungen, die lange verursacht hatten. Dank seiner Weisheit und Intelligenz endete er die Pläne der Opposition. Diejenigen, die ihm schadeten, mussten ihre Herzen ändern, Mache Feinde zu Freunden. Volle Sympathie, seine Liebe zur Menschheit verbreitete sich endlos. Die Welt, ob Feinde oder Freunde, alle freuen sich und loben. Dank Gottes Gnade. In dieser Welt, in dieser Welt, ist Papst Johannes Paul II ein Heiliger. Wer bereistet den Planeten, um Licht, Frieden, Freundschaft zu sehen, wohin auch immer seine Schritte gingen. Wer gab, pflanzte er den Glauben Gottes, sähte die Verbindung, universelle Einheit, damit Gottes Kinder einander lieben, helfen können. Er heilte Schmerzhafte Wunden, er heilte Hassbeiltungen, die lange verursacht hatten. Dank seiner Weisheit und Intelligenz änderte er die Pläne der Opposition. Diejenigen, die ihm schadeten, mussten ihre Herzen ändern, Mache Feinde zu Freunden, Freude, Sympathie. Seine Liebe zur Menschheit verbreitete sich endlos. Die Welt, ob Feinde oder Freunde, alle freuen sich und loben. Dank Gottes Gnade. In dieser Welt, in dieser Welt, Papst Johannes Paul II ein Heiliger. Dank Gottes Gnade. In dieser Welt, in dieser Welt ist Papst Johannes Paul II ein Heiliger. In dieser Welt ist Papst Johannes Paul II ein Heiliger. Vielen Dank.